Hallo, schön dich wiederzusehen. Ich habe dir eine Geschichte über Pia und Theo mitgebracht. Willst du sie mal hören? Pia nimmt den Gartenschlauch. Pia spritzt Theo nass. Theo nimmt einen Schwamm und macht ihn nass. Dann wirft Theo den Schwamm auf Pia. Dann nimmt Pia den Schwamm. Dann ist Pia nass. Und? Und wie findest du meine Geschichte? An der Geschichte müssen wir wohl noch etwas arbeiten. Ich habe heute eine Merkliste mitgebracht. Die hilft uns, einen Text zu überprüfen. Ich zeige sie dir mal. Auf der Liste stehen alle Fehler, die oft passieren können. Lass uns doch mal meinen Text ansehen. Vielleicht finden wir ja einige Fehler. Hier siehst du meinen Text. Gucken wir uns zuerst die Satzzeichen an. Fehlt da eins? Genau. Hier fehlt ein Punkt. Dann zu Punkt 2. Großschreibung am Satzanfang. Ah, hier habe ich vergessen, das P von Pia groß zu schreiben. Das ändern wir schnell. Jetzt gucken wir mal, ob ich eine Einleitung und einen Schluss geschrieben habe. Hm, eine Einleitung, die beschreibt, worum es überhaupt geht, gibt es nicht, oder? Was könnten wir denn schreiben? Vielleicht sowas. Pia und Theo spielen im Garten. Theo ergänzt unsere Einleitung. Wie sieht es mit einem Schluss aus? Dann ist Pia nass. Und dann? Da muss uns noch etwas einfallen. Vielleicht so. Jetzt, wo Pia nass ist, gehen die beiden baden. Das gefällt den beiden. Wir ändern gleich den Satz. Zum Hauptteil. Den haben wir ja. Das kann also so bleiben. Aber eine Überschrift fehlt noch. Dann ist Pia nass geworden, soll die Überschrift sein. Das klingt komisch für eine Überschrift. Was passt denn besser? Ich hab's. Eine lustige Wasserschlacht. Pia findet das gut. Also nehmen wir diese Überschrift. Nun fehlen nur noch die Satzanfänge. Es fangen ja ganz schön viele Sätze mit dann an. Ich glaube, das sollten wir ändern. Ich lese dir mal meinen überarbeiteten Text vor. Eine lustige Wasserschlacht. Pia und Theo spielen im Garten. Pia nimmt den Gartenschlauch und spritzt Theo nass. Daraufhin nimmt Theo einen Schwamm und macht ihn nass. Dann wirft Theo den Schwamm auf Pia. Pia nimmt den Schwamm und wird ganz nass. Jetzt, wo Pia nass ist, gehen die beiden baden. Und? Wie findest du meinen überarbeiteten Text? Hört sich viel besser an, oder? Theo und Pia gefällt er jetzt auch. Aber ohne meine Merkliste hätte ich das nicht geschafft. Mit einer Merkliste überprüfst du also folgende Dinge. Wenn du deine fertige Geschichte nach diesen Punkten noch einmal durchgehst, dann wird jede Geschichte super. Pia und Theo haben jetzt wirklich Lust bekommen, baden zu gehen. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Tschüss!